Musik Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehen wir die dritte Etappe von durch Wald und Reben. Heute geht es von Ottenhöfen nach Oberkirch. Die sind etwa 18 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese so sind, dann bleibt dran. Musik 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 Momentan sitzen wir gemütlich an einem Schnapsbrunnen, trinken aber keinen Schnaps oder Likör, sondern Wasser. Denn unsere Wasservorräte waren leer. Das hat gerade gepasst. Musik 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 ich bedanke mich wieder, dass ihr reingeschaut habt. Wenn es gefallen hat, einfach einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Heute geht es von Lautenbach nach Oberkirch und das ist totaler Schwachsinn, was ich gerade gesagt habe. Weil es nur nicht auf den Höfen war. Genau. Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehen wir die dritte Etappe von... Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehen wir die dritte Etappe von... ...durch Wald und Reben. Heute geht es von... ...Ottenhöfen nach Lautenbach. Schau... Nee! Sag mal. Kann ich? Hallo liebe Wanderfreunde, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Heute gehen wir die dritte Etappe von... ...durch den Wald und Reben. Heute geht es von... ...Ottenhausen... ...Hallo, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Hallo, hier ist Marco vom Kanal Strauchs Wanderlust. Ja, sag her auf, ich will jetzt auch noch im Kommen. Es sind zwar jetzt noch... Es sind jetzt zwar noch 8 Kilometer, aber... Es sind jetzt noch... ...wad sheep.